Jürgen, am Freitag geht es jetzt los gegen Ida-Oberstein. Wie geht denn das Spiel? Ja, wir wollen natürlich das Spiel gewinnen, so werden wir reingehen. Natürlich müssen wir aufpassen. Ida-Oberstein spielt zu Hause, ist jetzt Aufsteiger und wir haben natürlich gewisse Euphorie auch. Auf das müssen wir uns einstellen, dass es ein sehr hektisches Spiel wird. Da müssen wir einfach die Ruhe bewahren. Aber wir gehen natürlich klar mit dem klaren Ziel rein, das Spiel zu gewinnen. Wie gut kennt ihr den Gegner jetzt schon? Gibt es da auch so Möglichkeiten wie die Videoanalyse wie in der Regionalen Liga? Ja, natürlich. Wir haben den selbst gesehen, den Gegner, Ida-Oberstein. Und die Mannschaft wird da genug Informationen haben, um auf den wichtigsten Sachen vorbereitet zu sein. Wer wird am Freitag dabei sein können? Wer ist verletzt? Ja, momentan sind nur die zwei Langzeitverletzten, der KHS und Jaron Schäfer nicht dabei. Jens Meier hat noch ein bisschen konditionellen Rückstand durch seine Krankheit, wo er zwei Wochen aussetzen muss. Er wird auch nicht dabei sein, aber sonst sind alle fit. In der vergangenen Woche wurde Christian Tell zum Mannschaftskapitän ernannt. Gab es da bestimmte Gründe dafür? Er ist ja erst jetzt im Sommer gekommen. Ja, natürlich gab es Gründe dafür. Er hat eine zentrale Position auf dem Spielfeld. Er ist ein erfahrener Spieler. Und ja, ich glaube, man hat auch schon die ersten Wochen gesehen, dass er gute Akzeptanz in der Mannschaft hat. Und von dem her sprach vieles für ihn. Morgen geht es endlich los. Die Saison beginnt. Es geht gegen Ida-Oberstein. Kennt ihr den Gegner schon gut? Ne, wir haben uns jetzt auch eher auf uns konzentriert. Also, wir werden morgen früh noch mal was zum Gegner ansprechen. Aber ich glaube, es kommt einfach nur darauf an, dass wir unser Spiel durchziehen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir morgen die drei Punkte holen. Die Vorbereitung ist jetzt so gut wie vorbei. Wie gut seid ihr vorbereitet jetzt? Ja gut, wir haben glaube ich keine typische Oberliga-Vorbereitung gehabt. Wir haben schon hart trainiert. Jeden Tag auch wie eine Profimannschaft. Und ich denke, wir haben daraus viel Kraft geschöpft und können da morgen sehr gut vorbereitet ins Spiel gehen. Und den Ausblick von der Saison? Was denkst du, was man erreichen kann? Ja, wir wissen ja, dass es vom Verein schon ausgegeben ist, dass es vom Umfeld schon ausgegeben ist, dass wir dieses Jahr wieder aufsteigen wollen, müssen. Ich denke, wir tun ganz gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen. Unser Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn wir das Ziel erreichen, dann werden wir aufsteigen. Aber wie gesagt, wir müssen von Woche zu Woche gucken und dann schaffen wir das. Erik, morgen das erste Spiel. Wie seid ihr auf den Gegner vorbereitet? Ja, wir sind sehr gut vorbereitet. Wir haben das Team gut analysiert und haben jetzt im Training viel darauf für uns auch sehr gut uns vorbereitet. Und jetzt sind wir natürlich motiviert, dass wir morgen auf jeden Fall gleich mal drei Punkte holen können. Du bist ja jetzt einer der neueren Spieler noch. Wie wurdest du hier aufgenommen? Wie fühlst du dich hier in Homburg? Ja, sehr gut, sehr klar. Homburg hat eine sehr große Geschichte, sehr viel Tradition, dass man natürlich froh, dass man da sein darf. Wir haben einen guten Mix zwischen alten und jungen Spielern. Und da habe ich mich sehr früh einleben können. Und von dem her ist es gar kein Thema. Wir verstehen uns alle super. Und das Wichtigste ist, dass wir morgen jetzt erstmal unser erstes Spiel haben. Und dann sind wir weiter, wie es so läuft. Lenscher hat gerade gesagt, Ziel ist Aufstieg und so viele Punkte wie möglich. Was sind denn deine persönlichen Ziele für die Saison? Ja, ich will einfach zeigen, dass ich ein wichtiger Teil der Mannschaft sein kann und will natürlich meine Spielzeit haben. Das ist gar keine Frage. Und ja, große Konkurrenz. Aber vom Trainer, der hat es auch schon gesagt, jeder kriegt seine Chance. Und wenn man die hat, dann muss man sie nutzen. Und deswegen freue ich mich auf meine Aufgabe hier.